Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario, nein stimmt gar nicht, Mario Bros. Rabbids Kingdom Battle. Wir haben den Brunnen, den Brunnen, den Brunnen, was ich schon wieder vergessen habe, was ich hier tun muss. Aha. Ui. Wer beim Tarot ein Leben Rabbidsid, der bringt die Zukunft Chaos, Zerstörung, Erlächter und ein Riesentorleiter. Okay, ist das nicht der Brunnen? Okay, na gut. Soll nicht so sein. Okay, dann gehen wir weiter. Hier sehen wir auch nichts im Klingendes. Ah, hier gibt es Fight. Siege acht Gegner. So, so. Ich kämpfe nur. Zuerst gibt es noch einen Raff. Da kann ich am Anfang schon so viel wie möglich umbringen. Da oben ist einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Verdammt. Da oben sehe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, gut. Ähm. Ja, gut. Zock. Ah, die hat immer Spaß. Schuss! Oh, ein Crit. Schwächen wir den kurzer Hand. So. Dann macht Peach aligned. So. So. Müsste eigentlich auch so. Reicht leider nicht. So. Dann heile ich wenigstens Mario noch ein bisschen. Zack. Komm, Jantchen! Äh, ja. Diesen hier. Beweg dich! Nice. Aber ich habe Rabbids Luigi auch getroffen. Schade. Au! Ah ja, das sind die, die sich wegzaubern können. So, Münzchen einsammeln. Geh du mal da. Dann halten wir den Rabbids. Reicht. Reicht leicht. Reicht leider nicht. Ich könnte irgendwas hier hinlocken. Jetzt gehst du mal zu dem da. Gehst da rüber. Weil sonst treffe ich ihn. Schuss! Gibt es einen Schlag? Verdammt! Das war nicht so geplant. Tut mir leid. So. Jetzt wird sich einer bewegt. Wieder sterben. Der wird sterben. Nice! Zwei von acht sind besiegt. Ah, da kommt noch so ein fett Klops. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah! Das macht einfach zu viel damage. Mann, oh Mann, oh Mann. Der nicht. Natürlich war das ein Crit. Das ist Mario down. Nee. Nein! Nein! Hab ich das jetzt wirklich getan? Wirklich? Hm. Warum nur? Entschuldigung, Rabbids! Luigi! Verdammt. Es ist schwer diese Runde sowas von verlieren. Oh, nein! Oh, nein! Muss ich dann beide kämpfen nochmal tun? Nicht, oder? Ich hoffe nicht. Ich habe keinen Bock, einen anderen Kampf, das Wegrennen nochmal zu tun. Da habe ich sowas gefunden. Kein einzigen Bock drauf. Autsch. Wir haben uns noch so viele... Wie ungefähr ist das denn? Wirklich? Das gehört? Oh Mann! Oh Mann! Stirb! Okay, gut. Peach wird sowas von sterben jetzt. Sowas von krass. Oh, Mann! Nur aus Dummheit und... Äh, sie lebt noch. Sie lebt noch. Aber nicht mehr lange. Autsch. Haben jetzt alle angegriffen? Natürlich nicht. Jetzt sterbe ich. Weil der ist noch dran. Der macht jetzt bumm. Und ich bin down. Oh, Junge. Schlacht Neustart. Gut. Ich kann mich nirgends heilen oder so, oder? Wenn ich jetzt zurückgehe, muss ich einen anderen Kampf auch noch mal tun. Da habe ich kein fucking Bock drauf. Ein einfach Modus wird noch lange nicht benutzt. Und... Also... Zack. Ähm... Ich mach jetzt das so. Ich mach jetzt das so. Ich muss das mehr... Konzentrierter. Das geht nicht. Sowieso. Schau. Treff ich ihn noch? 100%. Schau. Jetzt... sooo. Jawohl. Heilen. Schuss. So, so ein Crit. Heißt das? Ne. Kannst mal... so. Einer weniger. Ich hab den Buff noch nicht benutzt. Moongames. Moongames. Mario. Luigi. Rabbit. Rabbit. Luigi. Uuuuuh. Dat... War schön. Aber portest du dich nicht? Bisschen näher. Will mich voll freuen. Schade. Also du... Gehst... Nach da. Ja. Aus den mal so kurz. Dann... War das ein Crit. Oh Gott. Ich höchst ihn direkt noch. Dann... Kam da Ohren raus. Die sind nicht nett. Ah, ich hätte den Sprung machen sollen. Aber jetzt ist auch zu spät. Die Crits. Diesmal... laden die Crits. Ähm... Treff ich noch? Das ist so ner... Hey. Dann trifft der andere Dummbatz mich von hinten. Aber ist mir jetzt egal. Schuss und Feuer! Ähm... Gut. Das war's dann. Könnt ihr schon was machen? Oh nee. Wirklich. Wow. Direkt tot. Das gefällt mich überhaupt nicht. Alter. Einer. Oh mein Gott. Das ist so... Aufregend! Weiter. Nee. Du bist... Nur mal kurz da hin. Ich muss ihn treffen! Ich muss ihn treffen! Es geht so... Es geht so was von nach hinten los. Es geht so... Greif nicht an... Nee! Mann! Kann ich so... Den mal... Gut! Gut! Kann ich dann wieder zurück? Nee! Oh oh! Superfakt! Wir haben keine Werkung mehr! Ja! Der hat noch 200 AP! Gefällt mir überhaupt nicht. So überhaupt krass und gar nicht und... das sind da Pflanzen zu viele. Hm. Stirbkartoffeln! Wächstens einer. Hm. Den schwäch ich noch kurz. Wie zum Fick kommt der so weit? Warum kommt der so weit? Gefällt mir überhaupt nicht! Oh mein Gott. Ich schaff das nie. Das ist der Taun, oder? Ne, lebt noch! Rammt! Überlebt das, Rabbid Luigi, überlebt das! Dankeschön! Die Vampirfähigkeit, die ist so Gold wert. Sowas von Gold wert. WAT?! Was machst du da? Dummwatz! Oh, oh, oh! Na gut, dieser Part wird ein bisschen kürzer, es tut mir leid. Aber es hat keinen Sinn, noch mal zu versuchen, gerade jetzt. Versuche ich den nächsten Part noch mal, wenn es dann nicht klappt. Easy Mode. Ich möchte den auch mal ausprobieren, und das ist gerade ein guter Moment. Also gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch trotz meinem Versagen. Dann abonniert mich doch! Liken! Bis zum nächsten Mal! Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.